Liebe Zuseherin, lieber Zuseher, mein Name ist Claudia Fischer und ich freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe von VulkanTV recht herzlich begrüßen zu können. In unserer 38. Sendung sehen Sie folgende Beiträge. Die Umbaureröffnung der Tourismus-Schulen in Bad Gleichenberg, die geplante Schließung von kleinen Schulen, das neue Autohaus Thales und Braunstein in Gniebing, das Lifestyle-Workout mit Mandu in Gleisdorf und eine neue Umfrage von Schnölk Frockt.